Die Basaker werden ewig schwer! Mann! Die hauen rein! Das Schreck ist immer mein Leid. Vorsicht, längst! Recht von dir! Ja, auch so beruf, meine Herr! Lothar, mein Schatten! Lothar, mein Schatten! Ja, die Leute! Oh, fuck! Oh, fuck! Die ficken gerade so richtig böse beiden, ne? Oh, fuck! Da sind wir hier auf dem Laden! Vor allem diese Attacke da dabei! Ja, das ist eine Menge... Ja, nein, nein! Ja, die Seite, warte! Hahaha, habe ich dich selbst schon... Auto, hinter dir! Ich mache es fertig! Ruhmflogger, braucht mir. Kraft für Neuen Welten und Dressoren. Ihr hättet die Überrüsten. Das Schwert gibt ihnen Kraft. Okay, alles eingesammelt. Hallo! Aufheben! Uiuiuiuiuiuiui! So, dann haben wir wenigstens hier auch noch die Bessie. Ich habe ganz schnell plattgemacht. Zwar nicht so schnell wie eigentlich gehofft, weil zweimal war man ja schon dicht dran. Aber, okay. Kann ich aber meine Axt endlich mal aufwerten. Und, ähm, was ich eigentlich schon längst hätte machen sollen. Und, äh, dann kann ich wenigstens drauf mir auch noch schnell aufrüsten. Was auch noch schön ist. Weiß, dass ich den schon mal runter geschossen habe. Ups! Was? Das heißt, ich muss hier nicht noch mal runter. Dann fällt es nicht so schnell. Außer genau hier ist das, was ich noch suche, ne? Und dann hier lang. Und ab zum, der Nordport noch. Jetzt habe ich zwei plattgemacht. Jetzt muss ich drei plattmachen. Ich steige ruhig langsam heute. Äh, ja, doch. Welche Wanders? Waren das die Dings oder die? Nee, ich bin hier mit dich. Ich habe die Wanders. Gute Idee. Vielleicht haben wir was übersehen. Gehen wir es an. Nein, ich hätte doch zuerst zur Schmiede gemusst. Die steht da, glaube ich, gar nicht. Egal, ich weiß, wo die Schmiede steht. Erstmal dann aufleveln und dann weitergucken, ob Kratos die Eier hat, äh, zu besiegen. Wenn dann endlich das Portal aufgeht. Yes! Ich komme! Hart, kräftig und vorholt. Und... Und... Jetzt gucken, welche Richtung gucke ich gerade. Gucke, glaube ich, in die richtige Richtung. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Gut. Ah, er läuft in die verkehrte Richtung. Ueeeeee, Entstehe. Nudat nicht. Weeeeeee. Weז sind Android2. Und hier so. Alles bestens und zwar, das ist sehr schön. Und bei dir Schatz? Alles ok? Wunderbar. Mal anhalten. Hallö schon, gute Frau. Ne, die beste kriege ich nicht von dir. So, dann ist die erstmal. Steht die überrissen. Und, äh, Drauben hier. Ausgelen. Das ist wohl ein ordentlicher Speer, ne? Das hört sich komisch an, Scheatz. Der piekst gut rein. Kannst du das jetzt schon gehen? Hast du Zeit zum Reden? Ähm, ich muss noch... Ressourcen. Die kässe ich immer wieder gerne. Mit Auferstehungsstein. Die, 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 die. Ich hab nicht mehr so viel Geld. Ich hab nur 1.103.729, äh, Hacksilber. Das ist viel zu wenig. Da werde dich doch niemand satt. Können wir kurz reden? Nein, wir können nicht reden. Du willst mit mir... Ey, da schau dir mal die Axt seit der Verbesserung, wie die vom Funkeln ist, ey. Ey, da. Ach. Du, Bruder. Du, Bruder. weiter aufgewertet. Wie, äh, zu der Zeit, wo ich's probiert habe. Die haben nämlich noch die letzte Frost... Den letzten Frost... Ne, die letzte Frostflamme. So. Funken hab ich ja jetzt. Hallali. Und hopsasa. Möget ihr schnell sterben. Ich nicht so viel aufs Mord gekommen. Oh, dass sie auf einmal angreift. Da nix. Das ist neu. Du trennst, Kratos. Vorbei. Ja. 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 ��haft. Dein Wort war ein Streiben. Faig. Ich bände eins. Ich bände klar. Ja. 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 אח. Ja. 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 bras. sieh durch klatsch drauf dieser scheiß was ja 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 Die Eistante geht mir auf den Sack. Wo, 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 wo? Ach komm schon, Kari! Oh! 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 Alter! Was mir aufgefallen war, gerade wo ich dann sie geköpft habe, ja? Die war voll mit meinen Sperren, ich hätte nur den Sperr loslassen müssen. Ich will das Frostige Ding haben. Schnapp das Schwert und lass uns hier verschwinden, ja? Nö? Ja, halt die Klappe mit mir. Komm, ich will wissen, was das andere ist. Ja, da ist sie! Oh! Mann! Oh! Oh! Ja, das wissen wir! Ich habe sie platt gemacht! Gesprochen! Oh! Oh! Das wollte ich auch mal zeigen, dass ich die hinkriege, ne? Oh! Die haben mich am meisten getriggert. Oh! Was? Oh, das muss ich nochmal auswärten! Euche mal auswärten. Das kann ich mal auswärten! Ich werde sie auch gleich mal auswärten. Da kann ich den valen lassen, eigentlich wahr sein! jetzt bleibt mir nur noch ein berserker und danach ist der könig genau das ist ja das was du mir gesagt hättest dass der könig erst wenn ich das spiel durch habe gesteht die überreste weiß ich immer noch nicht wo ich die erklärung um den griff endgültig auszuleveln nein ich will nicht gehen ich will gucken wegen meiner wusste hier ist wahr ich von dem das gehört ich habe jeden bekommen wieder den hatte ich doch schon mal ne ich bleibe immer bei sol weil dadurch habe ich meinen zweiten lebensbiken der mir schuhe entfernt dann häufig den arsch gerettet hat ja aber dieses mal lohnt es sich einfach weiter drauf zu holen ja ich habe immer zeit zum reden weil ich nämlich noch meinen berserker stein wieder brauche glückliche ding dann müsst ihr eigentlich der letzte weil der mir ja noch angezeigt wird in midgard sein woher sowieso hin müssen bei da bin ich halt der meinung weil ein königskraft ist aber der berserker wird mir ja angezeigt glaube ich da wo soll sonst noch ein berserker sein denn ich vergesse wo könnte der eine sein auf einmal habe ich den platz immer ach nie will heim da komme ich noch gar nicht hin wenn ich den letzten jahr gar nicht platt machen um dann zum könig zu gehen ist ja nicht das problem aber wird ja hier königstrab da denke ich mal da ist wartet dann der könig auf uns denke mal deswegen kann ich erst den machen wenn ich das spiel durch habe weil ich dann er noch nie wieder heim komme